Leute, die Season ist wenige Stunden alt und ich habe wohl den wichtigsten Tipp für die neue Legende Alter für euch. Dieser Tipp ist auch ganz wichtig für die Teammates von Alter und dieser Tipp funktioniert auch nur, wenn ihr mindestens noch eine Legende am Start habt, die noch lebt. Das funktioniert nicht im Solo-Modus, das ist ganz wichtig. Einige sind über diesen vermeintlichen Broken Bug Glitch wie auch immer gestoßen und denken, dass Alter broken ist. Das ist nicht der Fall. Man konnte es sogar in ihrem Trailer sehen, dass das möglich ist. Das haben viele vielleicht übersehen und auch Respawn, als ich in den Respawn Studios in L.A. jetzt vor kurzem war, wurde auch nochmal bestätigt. Achtung, das ist so gewollt. Ich zeige euch Folgendes. Wie gesagt, es kann jede Legende benutzen. Du hast deine ultimative Fähigkeit als Alter aufgestellt und kannst immer noch mit der Ulti interagieren und dich aus dem Dreck beamen. Natürlich können auch Gegner, das ist dein Portal, was du jetzt automatisch öffnest, nutzen. Und hier habt ihr auch gesehen, ich mache es nochmal an, auch die Teammates können es nutzen, wenn du genockt bist. Natürlich nur die Teammates. Gegner können damit nicht interagieren, aber sie können das offene Portal, was du erzeugt hast, benutzen. Damit müsste ich eigentlich den wichtigsten Tipp erzählt haben, den es für Alter gibt. Es gibt sicherlich viele andere mit dem Portal, kannst du echt witzige Dinge machen, aber diese Geschichte ist extrem effektiv. Und wenn ihr jetzt in Verbindung vielleicht noch eine Lifeline dabei habt, die dann auch mit Zurückportet euch sofort wieder hochholt. Vielleicht nur sogar mit einem goldenen Knockdown-Schild oder noch ein Blatthau und ein guter Push, wo du vielleicht erstmal alleine reingehst. Und mit Glück portest du dich dann zurück. Aber man kann eben das Knockdown-Schild nicht verwenden. Man muss halt schauen, dass man da echt extrem schnell ist. Und du kannst mit der Ulti nur interagieren, wenn du da direkt drauf schaust, wie wenn du das Care-Package aus der Luft raus scannst. Anders geht es nicht. Das wird sicherlich nicht immer klappen, ist aber sehr, sehr effektiv. Wie gesagt, das ist kein Glitch, es ist so gewollt. Das war es schon wieder von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.